Bahnsteig 2, Eurocity 114 nach Bochum Hauptbahnhof über Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Dieser Zug endet hier. Für diesen Zug fährt zwischen Völkstein und Schwarzer St. Freit ein Schienenersatzverkehr. Eine Information zum Eurocity 114 nach Bochum Hauptbahnhof, Abwärtszeit 9.58 Uhr. Für diesen Zug fährt zwischen Völkstein und Schwarzer St. Freit ein Schienenersatzverkehr. Attention, please. Eurocity 114 nach Bochum Hauptbahnhof, via Salzburg Hauptbahnhof, ist auf Platz 2. Der train wird hier terminiert und die Service wird heute als eine Replacement-Bus-Service. Attention, please. Eurocity 114 nach Bochum Hauptbahnhof. Schedule Departure Time 9.58 Uhr. Will you please? ... ... ... ... ... Römer ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020